ich komme jetzt auch musik ich will es hoffen ja von schwierigkeitsgrad leicht wenn alle quicktime events automatisch ausgeführt ja ja stimmt es gibt ja möglichkeit okay ich hätte ich hab's doch aber es sieht schlecht aus sehr schlecht du musst zwei geiseln aus einem unterwasserölfeld retten agent sherry birkin und jake muller er hat antikörper für das c-virus verstanden ich werde es tun gut danke ryan warte ich muss dir noch etwas sagen ada wong ist tot jerry und jake brauchen mich dass sie nicht im stich finden wir die überlebenden und dann nichts wie weg hier ja er ist tot anscheinend gute nachrichten mein gott ich bin auf einmal da ich war die ganze ich war noch da unten am ufer also weil ich gerade weiter gelaufen bin ja und wir haben wir haben schon wieder das intro verkackt ja alle leute master und unter die roh wir sind wieder back in business pünktlich zur adventszeit bis abzuschlachten ja nach heiter nero löchern sehr gut schneiden die platz sowieso immer so alle halbe stunde müssen wir sind eigentlich hier jede halbe stunde irgendwie er so begrüßen mein gott ich denke ich bin da kommt ganz schlecht ich habe für einen schritt zu weit gegangen ja ich bin zu ich bin zu nah an den nebel du sollst du dich das gas einatmen schädlich war es ist auch so wunderschön aus ja genau das ja nicht zu nah dran so kleiner tipp ja musst du mir nicht sagen aber einmal ja da und es hat überall da weg da und jetzt rein da rein da ich habe im blieben gesehen rotes kraut ich habe keinen platz auf dem das emblem hier ich wollte nur die kiste da auch machen ja okay da habe ich schon wieder war nicht mal zeit sich hier umzuschauen mann und verschämtheit ist ja unerhört und ich kann das rote kraut nicht mit dem weil ich keinen platz mehr habe ich glaube das ist sowieso im leben kiste kaputt ich glaube ich habe meine marken und benutzen okay kaputt genau was nein ok ich bin aber weg was hier ist eine kiste ich habe aber mann und munition drin ich habe ich habe mit schieb mitbekommen weg hier macht auch auf die scheiße macht die scheiße türe auf danke geht doch auch nicht gleich so warum ich schreibe mich ins ohr und geht es doch gut ich habe keinen platz mehr also ich habe zwei rote kräuter dieses das sind sind ich habe weg weg immer mal ein paar tic-tacs auch seht ihr da ich habe mich geklickt oder ich glaube wir müssen weiter ja ich kann die kampf ich kann die bonte oh my god da lasst mich auch mein spaß haben ich weiß nicht wo ich hier muss ja wir müssen die tür aufmachen ja macht die tür aufkommen ich dachte wenn aufzug nicht er geht es ihm gut oder müssen wir ihm eine ambulanz oder eigentlich schon wieder im auto er ging irgendwie nie gut bisher das bloß auch dafür nicht ein zombie ram hey ich war ein guter fahrer genauso wie wir fliegen weiß noch langsam der autor schon mal stärker sie wollen uns umzingeln wir müssen los fünf punkte für den passagier war mann hey der nebel ist ja hier dichter und sich da als hechtsuppe ja und ist auch nicht gesund glaubt mir ich habe es gemerkt so da kann man bestimmt noch ein gut auch ein auch er macht meine scheiben bescheiden bitte ich kann nichts tun ich kann ran zoomen und rechte maustaste ja ich kann es auch mit zl weiter kann ich sie nicht bringen warum nicht der turm ist gleich davon machen sie beide weiter der turm passen sie auf sich auf ob das diese szene aus dem intro ist ja ich habe auch gerade hat so ein komisches deja vu und eigentlich ich muss sich rüberbringen muss ich erstmal hoch mit dir ok ok was auch da ist ein kollege ich wollte schon sagen ist der eine typ verstehe ich da war ein zombie ja dass das was ich getan habe schnelle schüsse erlauben vollgang beim gegner ich habe nur nur ein zombie gerammt und dann habe ich mich überschlagen das muss auch auch mal einer schaffen da wurden wir nicht von irgendeinem verkehrsmittel getroffen das war das intro ja musst du mich jetzt retten ich nehme meine knarre und bringe dich in sicherheit ich helfe ja gar nicht das intro hochladen müssen also wieso jetzt spielen ich dachte sie wäre tot da war ein guter kick von mir sind wir mal noch kisten und so ich habe sie nicht gesehen kommen wir ja es ist es ist es ist wie im intro nur was diesmal kann ich uns können wir uns gegenseitig steuern wir haben die zukunft geändert ja hallo ich habe muss ich habe mich erschreckt ich brauche mal ein grünes kraut ich habe noch drei erste hilfe ist wenn ich sollte man benutzen ich habe auch drei erste sprach aber ich will sie nicht nutzen weil bei der bei den sachen bin ich halt immer so geizig naja geht es gut nein und ich dachte er schläft nur ich habe mich hier die ganze zeit nach so einem leben und irgendwie von denen bestimmt voll schwierig verstehe irgendwo in der distanz naja genau ich habe meinen grad mit messer abgemetzelt welchen da liegt ein grünes kraut ich kann leben wo im leben ja wo es im leben das leben ab im leben so ich kann es nicht mit auch grünes kraut ja ich auch nicht mein warte moment ich kann was machen ich werde das hier war für alles nachgeladen ich nehme das grüne kraut mit scheißegal wie viel habe ich bin voll verdammt ich bin erst selbst beim eingesetzt ich schmeiß mal hier die vier munition da wird eins meiner roten kräuter eigentlich eigentlich bin ich im elter für die steuerung es war einmal normal ich glaube schon das limit von kräutern war glaube ich zwölf ich habe nämlich zwölf ich so nach locker oh mein gott größer knarre glaube ich alter der ganze noch mal platz da danke schön jetzt gehen wir weg dankeschön unhöfliche leute jetzt ich war gerade am ziel wer du jetzt das denken na dann mal rein da ich mache ganz langsam die tür auf hallo es ist nichts kommen wir hier zum turm hier zeig doch nicht auf mich mal ja das ist unhöflich zeigen mit nacktenfingern auf angezogene leute das ist unhöflich finde es sich ja auch naja ja ja was war gerade mit diesem zombie los kommt es einfach so darunter er hat nicht so gut eingepackt genau was ist das hier bin ich hier oder war ich habe gerade so so kleine kleinen flashback an sonic 06 einsteigen ok willkommen ja da hat die bot voll getroffen das gesehen wie dance vollgefallen ist ja da kannst du noch mal ein ding fliegen hier auch nein und okay ich habe schon mal hochschrauber geflogen in anderen spielen das ist einmal leon anders ich wünsche ich kann jetzt so gut sagen ich kann ihn retten keine sorge ich muss immer drücken ist klar wir sind schon wieder vom zug getroffen ich muss eben einfach perfekt eine weitere landung ja ich habe ein sicher ich habe einfach alles gedrückt meine finger waren schon die waren schon alle auf der tastatur aber ich muss jetzt mal gucken was wollen die sich da drücke ich wusste ja jetzt nicht so mein tag ja so habe ich mich letztens gefühlt merkt er wo wir geparkt haben ja das wort das wollte ich zu dir gerade sagen merkte wo wir geparkt haben haben den heli brauchen wir vielleicht noch irgendwann ist hier gestern ist rotes kraut ich habe ich habe schon ein rotes kraut mann gibt mir das graut das grüne und bei mir liegt ein grünes kraut aber ja ja warte mal ich bin auch voll ich bin auch scheiße ich brauche platz wegwerfen ich bin noch von meinen ganzen kräutern ich will ich will ich die markt wegwerfen ich werfe die weg ich will dieses rote kraut haben und dann müssen wir und dann kommen wir das und dann tun wir das da rein rotes kraut für ein grünes kraut ja unternehmen ich habe kein platz mehr hat mal moment das hat das tonen und drei stück da und die kann ich wegwerfen weg damit weil wir das grüne kraut mit das ist behälter haben wir insgesamt 88 tic tacs ich bin schon vorher ist voll frustrieren gerade ja da merkt man ja jetzt hätte ich gerade wo wir eigentlich beim intro ja gewesen sind das war noch ziemlich am ende ja schon gewundert wann die szene noch mal kommt naja jetzt jetzt wissen wir ist okay sind alle seine waffen nachgeladen ja also so gut wie mir genau jetzt kommt da irgendwie so zum typ ich habe so eine gewisse vermutung was jetzt kommt denkst du an dasselbe woran ich denke ja ich bin jetzt mal gespannt es wird nach einem partner gesucht und trinke ich mal kurz einen schluck eine gute sache und mal eben kurz alles revue passieren zu lassen was in der leon story so alles passiert ist ja es viel kaputt gegangen wir sind viel auf die fresse gefallen wir wurden oft getötet wir uns ist ausgebrochen ja dann hier ist bis an virus verreckt zweimal ich wurde ich wurde aufgespießt naja ich habe zwei flugzeuge ich habe ein flugzeug und heli ordentlich eingeparkt und dabei kaputt gemacht jetzt wenn man gegenüber kämpfen glaube ich ich glaube ich weiß auch was was wir so im intro gesehen haben es geht weiter werbepause schläft noch nicht genug hi simmons ich hätte mir schon gedacht hat er Sie haben hier. Eder, meine barriere. Sie haben. Where sind Sie, mit Knullam? Geben Sie. Euch nicht älterste Schreiber. Die Schrauben... ich hoffe sie haben freunde im jenseits ihr wird sie niemand vermissen der tyrannosaurus simmons das wäre so ein armenmärchen ich sehe das sind über fässer ja habe ich auch schon gesehen sie sind aus wie so ein viecher aus das monster anzeigen aus wie den devil job wollte ja auch von capcom ist also ja da sein auge ja ich glaube nicht noch mal ich habe die ganze zeit aufgeschossen also aber er war ein bisschen unbeeindruckt ja doch schon selbst da schnell ich glaube wir kriegen unterstützung ja ja da schießt auch drauf mit ihrem auto er hat sich zurück verwandelt ich bin voller mann oder war mein eigenes gericht ins gericht ja ja ich nehme das und das und das und das und ich bin ein master und der störer des ich glaube ich bin tot ich bin auch noch am leben glaube ich wieder ausgespuckt ich glaube da sollte man gleich mal eingehen natürlich ist den ausschließlich fragt ja hallöchen das ging im auge wollte ich einfach den laster da abschießen wir machen was wir können wenn wir sind auch nur menschen wo ich bin noch im leben ja ich sehe ja auch das gefällt geweckt ich gebe ihm ich glaube nicht und den hier und den hier okay das freut mich manchmal noch gar nicht wenn man so ein ding hier zum platzieren merkte ich habe deine nähe ich er würde uns jetzt fest ich gebe ich er ist nicht er ist nicht und das und das okay ich gehe da weg ich bin wieder hochschraube ich bewegt gerade ok 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 ich muss erst einsetzen jetzt sollte man nicht mehr zu kalt sein oh mein gott durch jetzt kann ich ins gesicht ins geschicht in die fresse in die fresse wir bedanken ja 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 vielen dank ja oder haben wir das das ging ins auge das war gut aus ja Ich wusste es, Aida kann nicht auf mich schießen. Sie fliegt aufs Dach. Ist er tot? Hoffentlich. Das haben wir erst nach der nächsten Wärmepause mitbekommen. Der war noch ein bisschen zu einfach, fand ich so. Deswegen, da kommt bestimmt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich meine, Aida ist ja noch da. Ich glaube, dass Aida glaube ich, der Final Boss ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ja sowieso nicht, aber ich hab halt so gedacht, als wir da wieder bei dieser Cutscene waren. So, schon wieder hier, also hast du immer noch nicht genug. Es muss als Simons gewesen sein. Nein, und ich hatte so was von Recht gehabt. Ja. Ja, die meine jetzt nicht irgendwie so ein random Zombie irgendwie noch so hochhypen. nach dem partner gesucht es wurde nach dem partner gesucht ja und geht hoch das weg so glück in so einer situation aufzug zu benutzen ja alles das war ein tag ich erwarte jetzt einmal das leon jetzt mal das sagt irgendwie ja nach jeder kleine komplikation die wir ja durch machen ok sie lieber nicht runter ich hab dich ich weiß nicht ob das weiß ich ob der anlage ich war verdrückt habe oder rechts links 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 rechts ich weiß nicht dass du bist du schwindel frei nein das ist nicht wahr noch einiges zu klären ach das älter mehr ach älter macht das schon oder siehst du das sie ist bei der mann da und weil wir dann wissen hat ja noch doch schon so ein einsamer zombie ich habe so viele waffen ich fang grad am ziel alter alter boah boah hab ich dir einen tritt gegeben oh der lebt noch warum war der noch am leben da ist das irgendwie rot gerade habe ich gesehen und ich meine klamotten ich habe keine sniper munition mehr dann war ich gleich auch nicht mehr ich mache den 1 2 wieder oben platz aber jetzt gibt sie ihm gibt es eben gibt es eben da war der team so wie ich ja noch fünf schuss ja ich habe noch fünf schuss da sind grünes kauter drüben ja da warst du meine mg munition habe ich auch nicht habe noch mal normiert jeder losgebet ihm ja jetzt hier ist eine kommunikation sehr gut ich habe keine bär 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 auch müssen wir schon wieder klettern ja ich habe dich habe ich mal danke auch ob du drückst mir sonst sein fuß in mein geschicht schädchen 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 vielleicht wird also automatisch ja doch vollkommen hilfe vor dem body check ich habe keine scharfschützen aber doch hören sie mich aber darf es nicht enden